Nachiel. Nachiel, auch aus von Nachiel, bedeutet die Intelligenz der Sonne. Nachiel wird zum Beispiel genannt in dem Werk, die magischen Werke von Agrippa von Nettesheim. Nachiel steht für die starken Kräfte der Sonne. Diese mussten sich von der Erde am Beginn der Genesis trennen, damit die Erde nicht zu sehr vergeistigt wurde. Nachiel hat im Hebräischen die Ziffersumme 111, also 111. Nachiel ist also die Kraft der Sonne und damit der Vergeistigung, daher des Strahlens und der Weite.